Ist mir fad, so richtig langweilig. Also mein Chef, der Markus Wutte, der lässt mich hier hängen, Tag und Nacht, ganz alleine. Aber jeden Tag kommt er ein paar Mal vorbei und spricht in mich hinein. Dann ist mein Moment. Dann zeige ich, was ich kann. Ja, dann bin ich, dann bin ich glücklich.